Herzlich Willkommen bei Brentenmunddorfs AsthmaPhysik AstroTV. Im letzten Nebel, wo es um den Carinanebel ging, habe ich nämlich erwähnt, dass es dort einige offene Sternhaufen gibt. Nur bei den ersten davon, Trumpler 14, redet man nämlich heute kurz drüber. Also Trumpler 14 befindet sich natürlich wie der Carinanebel im Sternbild Kiel des Schiffs und ist etwa 9000 Lichtjahre entfernt. Aber Trumpler 14 ist eines der jüngsten Sternhaufen überhaupt in unserer Milchstraße und ist gleichzeitig auch ein extrem massenreicher mit etwa 2000 junge Sterne. Und ich hatte nämlich letztens gesagt, dass es in diesem offenen Sternhaufen einen spektroskopischen Doppelstern gibt, HD 93129. Und genau diesen Doppelstern besprechen wir jetzt mal kurz. Also beide Sterne, die zu diesem Doppelsternsystem gehören, HD 93129a und HD 93129b, sind massenreiche Sterne. Also der Hauptstern, also der erste Komponente hat 120 Sonnenmassen und der zweite HD 93129b hat etwa 80 Sonnenmassen. Beide gehören zu der Spektralklasse O. Der erste, der Hauptkomponente von diesem Doppelsternsystem hat 5 Millionen Sonnenleuchtkräfte und ist sogar leuchtkräftiger als der Stern Eta Carini, worüber es im nächsten Video gehen soll. Und der zweite Komponente hat eine Million Sonnenleuchtkräfte. Das ist nämlich auch der Grund dieser extremen Leuchtkraft, warum man beide Komponenten in diesem Doppelsternsystem schon bereits mit einem Feldstecher trotz der großen Entfernung von 9000 Lichtjahren sehr gut sehen kann. So. Und mehr gibt es zu diesen Sternhaufen sowohl auch zu diesem Doppelsternsystem nicht zu sagen. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Video trotzdem gefallen hat. Wir machen auch nochmal ein kurzes Video so Trumpler 16, damit wir nämlich so die einzelnen Objekte im Carinanebel jeweils kurz besprochen haben. Und bis zum nächsten Video. Auf Wiederhören. Ciao. Danke fürs Zusehen.